Ja, und das ist ein Wammers-TÜM! Ja, MortenJello auf die 1! Bam, Junge! Ich habe es auf Platz 1 der gesamten Welt im neuen Königsturnier geschafft, auf den MortenJello-Account. Natürlich MortenJello auf die 1, extrem, extrem geil. Wie wir es auf Platz 1 der Welt geschafft haben, gegen welche Spieler wir angetreten haben und was für ein Deck wir benutzt haben, das siehst du im heutigen Clash-Trail-Video. Gerne den Kanal kostenabonnieren, wenn du keine Weisung solche Videos dazu verpassen willst. Brauchst du sehr gerne heute im Steam dabei sein. Da wollen wir auf einem anderen Account 1 und 2 sicher machen. Also da gerne einschalten, decken da Grundworten im Shop. Und dann habe ich gesagt, vieles mit dem Gameplay. Und ich kann euch sagen, die Games, die ihr jetzt sehen werdet, sie waren unfassbar episch. Let's go! Hier, was spielt er? Fokus-Chat. Mighty Miner Poison, Lock, Mortar, Miner Guards. Okay, das gleiche Deck wie ich, Chat, nur mit Guards, richtig? Ja, okay. Könnte krachen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist manchmal, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, hast du eigentlich generell schon ein Problem. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt defensiv mordern. Weil ich kriege da irgendwie kein Mast rein. Wenn ich echt mordere, lieber für die Offense brauche, oder will. Wieso wird Melo jetzt in Chat angebaggert? Das ist ja komplett nice. Wäre cool, wenn der Mord einen Hit bekommen würde. Boah, das ist nicht ein fetter, saftiger, knaftiger, knallt. Knaftiger, knaftiger Poison? Einfach doppel Eis, gell? Ich bin da nix. Machen wir immer noch Morde rein. Okay, guter Miner. Ich muss ein bisschen Graz kommen, genau. Gab es denn irgendwie besser? Ich habe das Gefühl. Ich muss halt immer Poison und so. Mann, es kracht, Chad, es kracht. Oh ja, ich bin gerade gekommen. Boah, das war ein gutes Maske-T von ihm. Er spielt schlecht. Er spielt nicht schlecht, meine ich. Ich muss halt weiter irgendwie auf der anderen Seite Druck aufbauen. Gute, gutes Masketier. Ich bin gerade da. ja mein gott gegner man muss nur einmal keler bei beleidigen und dann kriegt man direkt den gegner vorher habe ich gegen ihn verloren keler wurde wieder an den balance anträgen beleidigt ernst also warum wir kepler so gehasst warum wohl armer kebler die neuer kabe also jetzt reicht es auch komplett jetzt wird es hier richtig persönlich auf dem bruder brauchen wir auf die hohe gesnipet der zappi ist Diese Nados sind so ranzig Das ist nice vom GRG, freut mich Willkommen Stream und freut mich, dass es bei dir so gut läuft im Leben Warum, was ist, was habe ich, was habe ich falsch gesagt, Shit nicht so gut nicht so gut nicht so gut Oh ja, ich bin gerade gekocht. Könnte kochen. Schwierig. Oh ja, danke voll und sofort. Ich bin gerade gekommen. Wieso ist Graveyard eigentlich so balanced? Ich bin gerade gekommen. Ich bin gerade gekommen. Die Lokomotive! Hab die Sexboards rausgeschmissen, hab jetzt leider keine Follower mehr. Scheiße, Digga, du harmer. Was spielt der Chat? Gehen wir ein Scout. Rage Damage. Mein Balloon ist kracht. Wie? Sicher OP-Tommy? Nee. So ein abgeranztes Anaband-Pimmelschwanz-Deck, Digga. Ja. Ja, wir tun sein. Das ist ein richtiges Anaband-Deck. Das ist krach komplett. Das ist krach. 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 Das krach. Das krach. Das krach. Das krach. tienes krach. Hu hamas da wegen Pfeffer, das ist der Traum. Oh ja, ich bin gerade gekommen. Geht sehr gut. Guck mal, ob es jetzt Kraft ist. Hilfe! 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 Wie Butter! Jetzt können wir keine Gegner finden, außer wenn der erste jetzt eine Runde spielt. Wo? Wir gehen rein! Geht gucken, was er spielt. Ja, alle die jetzt abgeschaltet haben, hat Pech gehabt, Digga. So ein Ding ist das nämlich. Zahra, 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 Zahra! Ja, da hab ich euch gebetet, ne? Guck gesniped! Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Hä? Guck mal. Guck mal. Ich kann nicht verstehen. Aber das ist interessant. Das geht rein. Zack. Miner. Das haben wir eine ganz gute Kontrolle. Ja Magic hat ja keine Karte. Ist kein GOP. Eine gute Situation jetzt. Bruder Poison Das sind zwei Hits Jetzt können sie krachen Oh Oh die Defense Oh die Defense Auf geht's Ok Minero a la Ciperino Jetzt kommt gleich ein IOS reingeknallt Könnte krachen Boah, aber das war eine Boah Schöner, perfekter Ice Guys Oh gut Oh gut Manchmal so, okay, wie kommst du drauf Könnte krachen Oh, es kracht Boah, schwierig irgendwie Ich muss jetzt aggressiv Die Poidenzyclen Das ist eins Er, ich warte, Geno auf die Eins Morten Jello auf die 1 Eilmeldung Eilmeldung Morten Jello ist auf der 1 Für die Jürgenburger Bam Junge